Wo wir gerne ihm den Vortritt lassen möchten und dadurch einen, den wir gar nicht so sehr mögen, den Vortritt verwehren. Wir hatten auch so einen in der Jugend damals und der ging uns so auf die Nerven manchmal, dass wir ihn einfach immer so weggedrückt haben, weg mit ihm. Aber das ist, was Jakobus sagt, wir sollen es nicht, wir sollen nicht richten, wir sollen nicht die untereinander, wir sollen, Liebe soll untereinander herrschen. Liebe soll zu den Nächsten geschehen. Und jetzt geht er in diese Thematik ein und sagt, fängt jetzt auch an, dass wir helfen sollen oder dass Hilfe untereinander ist. Wir könnten hier auch gleich wieder mit einbinden. Wahrscheinlich wird das so sein, dass wir als Glaubende, dass die Starken, die sagen so, ach hier, geh mal, geh mal, nimm. Aber weil wir ihn gar nicht erst mögen, weil wir die Liebe gar nicht haben, weil die Liebe in uns gar nicht herrscht, würden wir sagen, ach, den gebe ich nichts. Aber ich gebe ihm meine warmen Worte. Er soll mit warmen Worten hinausgehen und sich sättigen mit dem, was er nicht hat. Das ist ein Widerspruch in sich. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Ich habe lange über gerade diesen einen Abschnitt nachgedacht, gerade nur diesen einen Vers, weil wie ich es euch schon erklärt habe und Jakobus immer wieder vorgeht, so können wir es weiter immer betrachten. Er nimmt ein Resultat oder etwas, was in dieser Gemeinde vorhanden ist oder unter diesen Juden. Und dieses stecht er in einem Vers oder erklärt das in einem oder sagt es in einem Vers und dann veranschaulicht er das. Er zeigt es, was gemeint ist und dann veranschaulicht er es. Und jetzt ist das, was er meint. Er meint, was nützt es, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Was nützt es, wenn du meinst, du glaubst, aber du hast keine Werke? Es entsteht daraus nichts. Dieser Vers ist, also für mich war das immer so ein Vers oder ich sehe das in der ganzen Bibel immer wieder so. Man liest einfach, man liest die Überschrift, warum der Glaube ohne Werke? So zum Beispiel. Und dann hat man gleich seine Gedanken oder man fängt an zu lesen und man hat gleich seine Gedanken, man ist voreingenommen. Man schaut sich den Text nicht richtig an. Und so möchte ich versuchen, diesen Text oder auch ganz genau diesen Vers auch mehr zu beleuchten. Hier ist in diesem Vers erklärt, was nützt, nützt, nützen. Was für ein Nutzen, was für ein Nutzen hat dein Glaube? Oder die direkte Übersetzung, was für ein Profit? Kennt ihr das Wort Profit, was es bedeutet? Wenn ich eine Firma habe und ich etwas kaufe und dann wieder verkaufe, will ich einen Profit oder ich will Umsatz, ich will mehr davon haben. Ich will ja was erreichen daraus. Ich will ja nicht nur, ich will ja nicht nur, sagen wir mal, für einen Euro kaufen, für einen Euro verkaufen und im Endeffekt, was bringt mir das? Dann habe ich, gut, in der Handelsbranche sagt man dann, ich habe einen Umsatz von einem Euro, aber ich habe einen Profit von null. Also es hat mir nichts gebracht. Es bringt nichts. Es ist einfach unnütz. Und genauso erklärt er das auch. Es ist unnütz, wenn es nichts hat. Es muss ein Profit. Er sagt, was ist der Profit? Was ist der Profit, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube, hat aber keine Werke? Auch hier wieder interessant, dieses Wort Werke. Okay, womit kann ich das verstehen oder erklären? Wieder ein interessantes Wort. Im Leben hätte ich nicht darauf gedacht. Aber die direkte Übersetzung ist funktioniert. Werke funktioniert. Ich habe es mir so erklärt für mich. Was ist, wenn ich ein Auto habe, aber es nicht funktioniert? Bringt doch nichts. Ich habe ein Auto, es funktioniert aber nicht. Dann steht das rum. Jetzt zum Beispiel das kleine Auto von meinem Sohn. Er hat ein Auto geschenkt bekommen zur Geburtstag, aber es lädt nicht auf. Es funktioniert nicht. Jetzt steht es in der Garage rum. Es funktioniert nicht. Es bringt nichts. Entweder repariere ich jetzt dieses Auto oder ich schmeiße es weg, weil es bringt nichts. Und genauso ist Jakobus hier. Seine Aussage ist, der Glaube, wenn er keinen Profit hat, also wenn er nicht funktioniert, hat er keinen Profit. Es entsteht daraus nichts und somit ist er an sich tot, sagt er in Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Er ist nicht da. Es funktioniert nicht. Der Glaube, es entsteht automatisch etwas aus dem Glauben. Und das möchte er uns hier wahrmachen. Wir könnten sagen, okay, nein, Paulus sagt was anderes, weil er schreibt ja weiter. Kann etwa der Glaube ihn retten? Also Jakobus macht schon so eine reizende Frage, so eine stichelnde Frage. Er sagt, kann dein Glaube dich dann retten? Und hier geht er schon darauf ein. Ich denke, Jakobus kannte, oder wir wissen es, Jakobus kannte auch, Paulus. Und Paulus hat ja immer genau das Gegenteil doch gepredigt. Und jetzt geht er ein. Kann dein Glaube dich retten? Stimmt das, was Paulus dir immer erzählt hat? Dass nur aus Glauben allein bist du gerettet? Sie widersprechen sich beide überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Da gibt es keinen Widerspruch. Denn Paulus redet davon, dass deine Werke, wenn du sie tust, dich nicht retten. Weil wir sehen das ja sehr oft, dass Menschen sagen, guck mal, ich habe gut gelebt. Ich habe dem Nächsten immer etwas gegeben. Ich habe immer gut geredet. Ich hatte zum Beispiel einen mit dem gesprochen und er sagte, nein, ich brauche Jesus nicht. Wozu brauche ich Jesus? Ich gehe jeden Sonntag und helfe älteren Leuten. Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, bekomme keinen Cent, aber helfe Leuten, dass sie nicht sterben. Wenn jemand meine Hilfe braucht, er ruft mich an und die rufen immer an und dann helfe ich, dann gehe ich helfen. Und ich sage nichts Schlechtes. Ich habe noch nie jemanden getötet und so weiter. Dann fing er an, so ein paar Sachen aufzuzählen. Ich brauche es nicht. Ich habe gute Werke. Ich werde schon in den Himmel kommen. Wenn ich da vor dem Thron stehe, diese Aussage habt ihr bestimmt auch schon von jemandem gehört, wenn ich vor dem Thron stehe und Gott sagt zu mir, geh in die Hölle, weil du nicht an mir geglaubt hast, werde ich sagen, nee, 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 stopp, stopp. Guck mal mein Leben an. Ich habe immer Gutes getan. Der wird mich schon reinlassen. Der wird mich schon reinlassen. Ich bin ein guter Mensch. Das, meint Paulus, diese Werke, die retten dich nicht. Der Glaube an das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, das rettet uns. Richtig. Aber da gehen wir jetzt weiter. Nämlich dieser Punkt ist, daraus entsteht etwas. Aus Dankbarkeit entsteht automatisch etwas, weil Jesus selbst sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Aber sie werden nicht in das Himmelreich kommen. Denn wer kommt in den Himmel? Der den Willen meines Vaters tut. Das sagt er. Der ihn tut. Und nicht der daran glaubt, sondern der ihn tut. Es ist ein Resultat. Der Glaube, aus dem Glauben entsteht ein Tat. Wir kaufen uns auch kein Auto, das nicht funktioniert. Wir kaufen ein Auto, um es zu fahren. Und so entsteht automatisch etwas. Jetzt gibt er dieses Beispiel. Er sagt, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist, so sagt das meine Übersetzung. Ich glaube, hier steht, mach mal bitte auf 15. Ohne Kleidung ist. Dürftig, könnte man auch erklären, sehr schlecht gekleidet oder komplett ohne Kleidung. Wo nichts ist. Er hat nichts. Ist und der täglichen Nahrung entbehrt. Also keine tägliche Nahrung hat, die ihm fehlt. Und du aber, weil er redet ja hier zu diesen Menschen und wir wissen, dass gerade diese Juden sehr reich waren. Deswegen hatten sie auch diese reichen Probleme, die er immer wieder aufzählt. Und er sagt zu ihnen, er sagt zu ihnen, du, also jetzt in zwischen den Zeilen, du hast es und jetzt sagst du zu ihm, geh hin, hier, sprich zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Das ist, wenn wir das selber, ihr hört das schon selber, das ist, es hat gar keinen Sinn. Es hat überhaupt keinen Sinn. Es hat keinen Profit. Für diesen Menschen jetzt hat das kein, nichts, kein Nutzen. Es nützt nichts, wenn wir ihnen sagen, geh und sättige dich. Das ist so, als wenn wir einen Menschen in der Wüste sagen, geh hin und werd irgendwo hier, also vom Durst gestillt. Geh hin, geh hin. Mit diesem, mit diesem Glauben sozusagen. Ach, du, du findest schon was. Das wird schon kommen. Der Herr, der hat immer jemanden zur Seite gestellt, dass wir ihm helfen können. Gott macht das immer so, dass wir miteinander uns gegenseitig helfen und helfen auch sollen. Der eine hat das, der andere hat das nicht. Dann gibt man sich. Er hat nicht gedacht, er hat nicht gemeint, dass wir jetzt in dem Glauben oder dass wir immer glauben sollen, der, der nichts hat, also der arm ist, dass er immer glauben soll und auf einmal kommt vom Himmel eine, weiß ich nicht, eine Taube runtergeflogen oder fließendes Wasser, dass man das dann trinken kann oder plötzlich kommt ein Paket runter und zack, da sind Kleider drinnen. Ich meine, solche Geschichten können passieren, wenn es keine andere Möglichkeit gab. Aber sonst hat er immer die Menschen füreinander hingestellt, dass sie miteinander sich gegenseitig helfen. Und hier sagt er das auch ganz klar. Er sagt und dann meint er, ihr, ihr gebt ihm aber nichts, das für den Leib notwendig ist. Was nützt es? Was nützt deine schöne Ausrede, dein schönes Reden? Er benötigt Hilfe und hier wollen wir jetzt mal ganz klar darauf eingehen. Er braucht Hilfe, nicht, dass er sie für sich nutzen will, sondern er braucht Hilfe von dir, dass du ihm irgendwie hilfst in einer Situation, er braucht sie, er kann ohne diese Hilfe von dir nicht und du sagst ihm einfach nur, okay, was nützt es? Du solltest dann sagen, ja, ich helfe dir, komm, ich packe dich an, wir gehen dahin, machen das. Oder hier. Ich finde sehr traurig, sehr traurig, dass dieses Bild, was hier klargestellt wird, heutzutage ein, wie sagt man das, ein, das ist in, das mögen die Menschen, das machen, machen sehr viele YouTuber, machen das. Im Internet, da machen sie Videos von sich, wie sie in die Straßen, in die Stadt hinausgehen und Menschen nehmen, die bedürftig sind und ihnen helfen. Aber die Christen untereinander oft nicht, weil sonst hätte Jakobus das auch nicht geschrieben an uns. Er sagt, wir sollen es tun. Das ist eine richtig praktische Sache. Jakobusbrief ist sowieso, weil wir wissen ja, er sagt ja, Glaube ohne Werke ist tot, das ist so der Hauptteil dieses Briefes und er erklärt das hier auch noch ganz deutlich, er sagt, oder er macht das jetzt so richtig praktisch, praktisch für dich und mich. Tu etwas. Helfe etwas. Profit. Mache Profit. Mache Profit, indem du funktionierst, indem du das, was du machen sollst, auch tust. Ich will hier niemanden vorm Kopf schmeißen, dass er es vielleicht, dass er sagt, ey, ich will es doch tun. Okay. Vielleicht hast du dann noch nicht den Herrn darum gebeten, dass du es auch siehst. Das kann auch passieren. Und ich muss mich immer selber mit einbinden, weil wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt gerade, voll ist von dem, was das Hausbauen angeht, ich bin voll mit meinen Gedanken. Voll. Und dann sehe ich oft Dinge nicht, die mein Bruder oder mein Nächster benötigt. Und hier können wir den Herrn auch darum bitten, dass er uns dies zeigt, dass er uns darauf hinweist, dass wir wirklich funktionieren können, dass wir nicht tot sind, dass es nicht unnötig ist, dass unser Glaube nicht einfach ein gesprochenes, einmaliges, Hingesagtes ist. So erklärt er das hier. Diese Redewendung ist hier ein einmaliges Hingesagt. So einfach ich glaube. Ja, schön, dass du es gesagt hast. Aber dein Glaube muss sich auch reflektieren in dem oder es muss, es muss sichtbar sein. Es muss klar sein. Die Menschen erkennen es dann. Und hier dürfen wir den Herrn auch darum bitten, dass er uns dies beweist oder dies uns zeigt und uns darauf hinweist, wie wir zu handeln haben. Wollen wir aufstehen und den Herrn darum bitten, wenn jemand dies möchte.